In einer Welt, in der du alles hättest werden können, hast du dich dafür entschieden, ein verkacktes Arschloch zu sein. Diese Welt ist eingeteilt in Gewinner und Verlierer, zwischen Deichmann Victory und Treasure Louis Fanny Fieler. Zwischen abgetragene Klamotten der Geschwister rocken und 70 Euro für paar Gucci-Socken. Solidarität hat Grenzen, du würdest armen Menschen ja zur Seite stehen, wenn sie es schaffen würden, einfach bisschen geiler auszusehen. Life ist super nice, da wo man die Schuhe trägt. Life ist nicht so nice, da wo man die Schuhe näht. Es ist Donnerstag, die Stadt hat einen Termin. Der Teufel trägt Prada und jeder Trottel trägt Supreme. Aber wie viel ist dein Outfit wert? Taiki, Louis, Gucci, Lio, Fanny, Prada. Wie viel ist dein Outfit wert? Toscha, Yeezy, Vettmo, Valen, Siaga. Aber wie viel ist dein Outfit wert? Taiki, Louis, Gucci, Lio, Fanny, Prada. Wie viel ist dein Outfit wert? Toscha, Yeezy, Vettmo, Valen, Siaga. Aber wie viel ist dein Outfit wert? Du hast immer viel gelacht über Kinder aus dem Plattenbaugebiet am Rand der Stadt. Was tragen die für Sachen? Haben die keinen Geschmack? Warum kommen die mit der Straßenbahn und werden nicht gebracht? Falscher Rucksack, falsche Jeans, alle sehen den Unterschied. 100 Euro liegen zwischen angesehen und unbeliebt. Kleider machen Leute, 3K, Lederjacken, aber immer in die Masse, Freunde. Jeder kann es schaffen. Aber wie viel ist dein Outfit wert? Taiki, Louis, Gucci, Lio, Fanny, Prada. Wie viel ist dein Outfit wert? Toscha, Yeezy, Vettmo, Valen, Siaga. Aber wie viel ist dein Outfit wert? Taiki, Louis, Gucci, Lio, Fanny, Prada. Wie viel ist dein Outfit wert? Toscha, Yeezy, Vettmo, Valen, Siaga. Aber wie viel ist dein Outfit wert?